Heute habe ich mal eine kleine Challenge für euch. Die große Wir sind mehr Challenge. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es auf YouTube ganz ganz viele politische Formate gibt. Also der Bürger scheint politisch interessiert wie nie zuvor. Ein erstaunlicher Funfact ist aber, dass 80-90% etablierte Parteien wählen, es aber verschwindend gering wenige Kanäle gibt, welche einen politischen Hintergrund aus einem der etablierten Spektren haben. Es gibt liberale Kanäle, es gibt sehr viele konservative Kanäle, es gibt rechte Kanäle und es gibt sogar relativ viele rechtsextreme Kanäle, bis hin zu richtig widerlichen Nazi-Kanälen. Was es hingegen kaum gibt, sind Sozi-Kanäle, linke Kanäle, grüne Kanäle, linksliberale Kanäle. Da sieht man wenig bis gar nichts. Und wenn es dann doch mal einen gibt, dann hat er so gut wie keine Zuschauer. Wie kann das sein, wenn dahinter doch die großen Mehrheiten stehen? Allerdings hat sich hier schon einiges geändert. Seit einiger Zeit gibt es tatsächlich eine ganze Reihe solcher Kanäle. Allerdings hat die Sache einen Haken. Die sind quasi komplett alle von Funk. Also haben mit YouTube nichts am Hut, sondern sind schlicht Programm der öffentlich-rechtlichen Sender. Hochsubventioniert natürlich. Interessant ist natürlich auch wieder, dass es hier bei Funk genau umgedreht ausschaut. Da finden sich unzählige Kanäle, die sich Mittel oder Staat mit politischen Inhalten beschäftigen und aus dem linken, aus dem grünen, aus dem sozialistischen Spektrum kommen. Aber mir wäre nicht einer bekannt, der aus dem rechten und konservativen Bereich kommt. Also CDU, CSU. Aus dem wirtschaftsliberalen, aus dem klassisch-liberalen, aus dem Bereich der freien Wähler, des bürgerlichen, wie auch immer man das nennen möchte, das könnte man dann schon ein bisschen für bedenklich halten. Zumal das halbe Land ja in etwa so wählt. Und der öffentliche Rundfunk, ja soweit ich da richtig informiert bin, ich habe ja keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe mal irgendwie gelesen, dass man sich da verpflichtet hat, neutral zu sein und das alles so ganz ausgewogen zu machen und so. Und dann gibt es da 10, 20, 30 Sendungen, die so in eine Richtung gehen und die so 2, 3 Richtungen abdecken und für die anderen 2, 3 Richtungen, da gibt es dann gleich überhaupt keine. Also wenn man da jetzt streng wäre, könnte man da schon sagen, dass das jetzt nicht so ganz ausgeglichen ist. Also sagt Ernst zumindest immer. Ich verstehe ja immer nur die Hälfte, aber sagt mir doch einfach mal, was ihr dazu meint. Er meint dann auch immer gleich, das würde irgendwie die Glaubwürdigkeit komplett untergraben. Ich weiß nicht, ich denke er übertreibt da, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was meint ihr denn dazu? Ich habe natürlich auch gleich mal Funk angefragt, ob sie das so sehen, was sie dazu meinen und ob sie da Hilfe brauchen, also ich könnte einen liberalen Kanal anbieten, das wäre ja dann schon mal so ein bisschen was, was hier ein bisschen Ausgleich bringen könnte. Ja, was soll ich sagen? Ihr werdet jetzt sehr überrascht sein, aber das Interesse hielt sich in Grenzen. Aber vermutlich ist gerade Sommerpause und die melden sich dann bald noch. Oder vielleicht habe ich auch die E-Mail nur sehr ungeschickt geschrieben. Vielleicht seid ihr da ja irgendwie geschickter. Also probiert es doch einfach mal und fragt mal dort nach. Ich denke, die werden sich sicher freuen, wenn sich da die Zuschauer so ein bisschen noch Gedanken machen und ins Programm so ein bisschen mit einbringen und so. Soviel zu Funk, zurück zum richtigen YouTube. Dann gibt es vielleicht noch ein paar wenige, die nicht direkt bei Funk sind, aber dann doch irgendwie, also so halb irgendwie dazu gehören. Ansonsten so richtig natürliche Kanäle, echte YouTube Kanäle, die gibt es wenig bis gar nicht. Oder mir sind zumindest keine bekannt. Der einzige, der mir spontan einfällt, den man hier vielleicht nennen könnte, ist der von Moritz Neumeyer. Und der war immerhin bei Funk. Jetzt ist er glaube ich nicht mehr bei Funk, aber ich glaube, er macht auch gar keine Videos mehr. Oder nur noch sehr selten. Daher hier meine Challenge an euch, damit ich hier auch noch was dazu lerne. Und dann, vermutlich kenne ich die nur alle nicht, postet mir doch mal die größten Kanäle, die ihr auf YouTube so kennt, die nicht irgendwie direkt oder indirekt mit dem öffentlichen Rundfunk zu tun haben. Also richtige YouTube Kanäle eben, die man so mehr oder minder in den Mainstream einordnen kann. Und dann postet mir doch einfach mal so ein paar, zwei, drei richtig große grüne Kanäle, wo irgendwelche Jugendliche ihren grünen Politikkanal haben, der auch anständig geschaut wird, wo irgendwelche Linken ihren Politikkanal haben und so weiter und so weiter. Würde mich sehr interessieren. Ich finde die irgendwie nicht so richtig. Stell mich wohl beim Suchen ein bisschen doof an. Aber wozu habe ich euch? Ich bin mir sicher, ihr könnt mir da hilfreich zur Seite stehen und mich da ein bisschen auf den Stand der Dinge bringen. Das wäre furchtbar lieb von euch. Außerdem ist es ja auch wichtig, dass man hier mal so ein bisschen Werbung für solche Kanäle macht. Im Zeichen der Demokratie. Also Hausaufgabe für euch. Schreibt doch mal Funk an. Fragt sie, warum sie so viele Formate haben, die schwer oder zumindest stark in einen politischen Bereich hineingehen, aber die alle aus zwei, drei Ecken kommen. Und eben die anderen großen zwei, drei Ecken wenig bis gar nicht abgebildet sind. Was sie dazu meinen, ob sie vorhaben das zu ändern, warum sie das nicht ändern, warum das so ist, ob sie das gut finden, ob das beabsichtigt ist, ob das nur ein Fehlerchen ist, ob sie das vergessen haben, ob sich da in Zukunft was ändern wird. Die würden sich da sicherlich darüber freuen, wenn ihr da so ein bisschen mitarbeitet und Feedback gebt, so als Gebührenzahler von dem Laden. Ich freue mich ja auch immer über Zuschriften von Gebührenzahlern. Und mir schreibt da mal in die Kommentare, welche großartigen Kanäle ich und vielleicht sogar viele andere da bislang verpasst haben. Das meine Hausaufgabe an euch. Ihr wisst ja, jeden Tag eine gute Tat und wann, wenn nicht am Sonntag. Und natürlich auch nicht vergessen, das Video hier ordentlich zu verbreiten, damit sich möglichst viele Beteiligten hiervon erfahren und dann mir und Funk auch helfen. Wir können es brauchen. In diesem Sinne.